Wir haben etwas ganz Neues, ganz Tolles. Das Problem ist, dass das Auto sitzt, wenn die Sonne darauf steht, dass da bestimmte Teile unwahrscheinlich heiß können werden. Vor allen Dingen, wenn es Hochsommer ist. Wir haben, genauso wie das Gefrierfach im SB-Laden, haben wir einen Koffer hergestellt. Der kommt original aus Amerika und da kann man ihn sogar in die Nevada-Busteine nützen. Das geht drüber. Die Sonne steht drauf und wird reflektiert. Deswegen bleibt sogar mit der ganz starken Sonne der Sitz noch immer schön kühl und bequem für das Kleinkind. Wenn man wieder zurückkommt ans Auto, einfach davonholen, ist ein Gummi, womit man das Ganze zu kann machen und dann kann man das hinter der Autositz stecken. Da ist man kein Platz.